Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig. 1999 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon 20 Parkplätze. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 82 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 110.000 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017